Servus und Willkommen zurück, liebe Leute, zu Beining of Isaac, auch wenn mein PC gerade eben Blue Screen gezeigt hat, das ist egal, hat nichts mehr damit zu tun. So, ich hoffe mal, dass er hier relativ normal noch durchkommt. Denn... Wow, Tollbomb, ich hab's euch alle, ich hab's Tollbomb. Uuh! Hüppelüppel! Ne, 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 ne! Hüah! So, oh, ich hasse euch alle, ihr scheiß Viecher! Nö! Naja! Wirklich! Alter, wirklich! Geht mal weg jetzt hier, ey, komm mal! So, wieder ein paar Minions spawnen! Ja, wegkommen, Leute! So! Wir müssen aufpassen, wir nur noch einen, hehehehe! Hehehehe! So! Äh, jawoll! So, da kommt was hin, äh... Und das Ding springen einfach mal auf! Dankeschön! So, ein paar Münzen! Münzen sind ja immer gut! Äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ähm... Nope! Nope! Ähm, 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 wow! Geht weg! Ihr seid echt doof! Ihr scheiß Gegner! Geht weg! Komm! Äh! Uuh! Alter! Hä, hä, hä! So! So! Was haben wir hier? Äh, ein Herz bekommen wir hier und eine Pille mit Pheromonen. Das wollen wir natürlich nicht. Äh, bittem! Egal, weiter geht's! Ähm, na guck noch mal! Äh, ha, 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 ha! Fak you! Eii, ich bin so ein Vollidiot, Mann! Da spreng ich mich einfach selbst in die Luft! Ich bin irgendwie... Na ja! Äh, Leute bitte! Jajaj! So, Herzö, nehmen wir mit, bitte! Danke! Och nein! Oh nein! Nein, nein 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 nein! Lalalalala! Geht weg! Geht weg! Ihr scheiß Viecher! Oh, dankeschön! Uuh! Hu! Hu, hu! ja 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 jetzt lustig nein 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 da alle büten der kopf so nach konzentration vor er gerade leute das ist voll die action die kaputte hankeschön da manche ein challenge und verkauft da geht es weiter so wieso ihr bitte nein geht weg jetzt ehrlich das ist so hohen was raum bitte nicht leute das könnte mir jetzt nicht antun wird der challenge und ich bin gestorbener geil meine fröße geht doch einfach kaputt hier ihr scheißdreck ich krieg krise gerade so bitte einmal da so bom danke seid geblendet von meiner bombe monstre bitte nicht so klar mit seinem scheiß laser hier na toll ich bin gestorben auf fickt euch doch alle mann ist das eine scheiße gerade ganz oft wirklich fiktisch monstrum wirklich wirklich oh man oh danke ich brauche keine laser von dir monstreben komm schon Get raped or was? Get raped. Nein. Nein, dieser Laser, ne? Dieser Laser. So OP, man. Komm her, du. Sau. Geq mietet. Äh, gemietet, q. Ach egal. Da. Fuck you. Voll tot. Mal wieder. Nur ein Leben jetzt, oder was? Soll ich hier ja noch besiegen? Das war so klar. So fuck, kackt nochmal, klar. Du mir das bitte nicht nochmal an jetzt hier. So. Fokus. Nein. Gott verflucht doch mal. Mann, Mann, Mann. Hey. Toll. Schlüssel. Super. Total toll. Ja, Schlüssel. Kann ich immer gebrauchen. Fuck you, Alter. Oh fuck you. Oh fuck you. Oh fuck you. Ihr seid uncool. Wisst ihr das Gegner? Oh fuck you. 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 ok was hat mir ist es gebracht nichts nein bobs rotten hat wird mir nichts bringen oh nein kommt schon ist das ein doppel pin auch noch alter ja du mich auch herz drei sogar von jahr meine fresse ist nicht so dass es schon schwer genug wäre eine 333 poste dankeschön mein gott wenn ich wieder so glück habe jetzt kommt dieses das ist ja er weiß das ist so mord schuss ähm äh äh nein ähm so jetzt wollte ich echt aufpassen bitte lasst mich diese challenge gewinnen weil ähm ja die challenge ist äh oh gott ja was denn hör auf meinen namen zu brüllen du dumme ja egal nein äh komm ja komm geh weg wo 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 du wofür ist du ö doch du 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 Kuh! Mein Gott! Alter! Kuh! Nein! Nö, nö, nö. Nö, 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 nö! Geh weg! Oh, Alter! Concentration Hardcore pur hier! Was zum... Oh, Alter! Nein, komm! Geht einfach alle weg von mir! Ich will nur... Ich will die Challenge gewinnen! Please, let me win this! Please! Klasse, Alter! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Leute, es tut mir leid! Ich hab sowas besiegt! Guck euch die Lebensparken an, bitte! Nein! Wieso hab ich mich denn nicht verloren? Äh, ja... Naja... Oh, come on! Hey, das ist doch sowas von... Next try please! Next try please! Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein, Leute! Das darf einfach nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Sooo knapp! Und ihr kommt so ein abgespackten Faktgeger mir gerade! Das ist ja wahnsinnig! Das ist die einzige Möglichkeit um Ruhe zu besiegen. Bumm, danke. Wir kriegen Streichleiter. Ja, ich freue mich. Das ist auch echt nicht schön. Ja, ich bringe mir einen Schatz wieder, wenn ich keinen Damage habe. Ähm. Ich hoffe, das klappt einfach besser jetzt als letztes Mal. Das ist der Wahnsinn. Ähm. Das wäre Monstro 2 nicht so oft gestorben, ne. Ganz ehrlich. Ja. Gut. Aber wir gehen erst im nächsten Part zum Boss. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, euer Nigel Zott.